So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Etwas spät dran, aber ich bin gerade jemanden am Trollen. Und zwar, ihr hört wahrscheinlich schon eben einen Stream von dem Typen hier. Er weiß wirklich von gar nichts, ich bin gerade aus dem TS geliftet. Ich erkläre euch mal kurz die Lage. Da ist ein Mädchen gerade reingekommen, mit dem ich ziemlich Stress habe. Und ähm, ja. Ich bin einfach rausgegangen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Weil die eine hat mich jetzt die ganze Zeit angelogen. Und er hat es ihr erzählt. Denkt er jetzt. So Leute, ich sitze jetzt hier gerade an der Bearbeitung. Und ich merke gerade selbst, die Logik ist so im Arsch. Deswegen erkläre ich es euch nochmal so. Also, er dachte. Also, Jan dachte. Ich würde auf ihn sauer sein, dass er. Unsere Konversation an Chiara schreibt. So, aber ich wusste ganz genau, wenn ich ihn anstupse, steht das bei ihm im Stream. So konnte Chiara das auch sehen. So, also hatte er gedacht, dass ich ihn dafür anmaule, dass er unsere Konversation Chiara schreibt. So, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem weiteren Video. Aber ich weiß ganz genau, dass die Nachrichten, die ich ihm per TS schicke, bei ihr im Stream angezeigt wird. Sprich, er ist jetzt sauer auf mich, beziehungsweise ich auf ihn. Und ich gehe jetzt mal wieder auf den TS. Ich gehe mal wieder drauf. So. Was ist denn? Na und, wie geht's so mit Chiara? Ich hab noch nichts wieder geschrieben, krass richtig. Nein. Ne, ich frage mich gerade nur, was du hast. Schreibe ihr doch noch weiter auf Facebook oder so, worüber ihr auch wohl immer schreibt. Schreibe mir doch gar nicht über Facebook gerade. Woher soll sie denn unsere Nachrichten mitlesen? Junge, und er erscheint es durch Uber, was tut er aus dem Stream? Nein, tut es nicht. Du musst dich achten. Wenn ich jetzt so mache. Microphone activated. Jetzt stellst du dich nicht auf den Stream ein. Jetzt schluckst du dich mal an. Warte. Und dann erscheint unten beim Ende, erscheint, dass ich, du älst, du fährst sie an. Das sieht jeder. Warte, soll ich dir direkt noch den Link vom Video schicken? Welches Video? Ja, was ich gerade mache. Du machst ein Video. Ja. It's a prank to miss, Geburne, Alter. Alter, du hast dich jetzt erst auf den Stream geprankt. Doch, hab ich. Nein. Doch. Das sind gerade so viele User. Das ist, Alter. Das sind so Leute, so wie pranks mich hier. Junge, ich, 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 ich muss den Prank raushauen. Ich hatte nämlich gerade zwei, drei Kommentare gelesen. Prank ihn. So ähnliche Kommentare habe ich gerade gelesen. Auf Instagram und sonstiges. Da hast du einen Prank. Wo, wo, wo stand das? Ich schicke dir mal gleich einen Link. Kannst du mal die Kommentare durchlesen. Doch. So Leute, da hat ihr euren Prank. Und ich begrüße, äh, ich verabschiede mich sogar. Von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, dann hat das letzte Wort. Und tschau. So, willst du jetzt noch tschüss sagen oder nicht? Ja, tschüss. Tschüss.